So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge World of Warcraft und ich muss mal kurz das Mikro ein bisschen anders machen. So, und wir gehen jetzt hier in die Höhle rein, weil in der letzten Folge haben wir hier schon die Oga gekloppt und jetzt muss ich mal gerade meinen Freund hier holen. Wieso ist denn der so schnell? Hallo? Hat der sie noch alle? Gibt's doch nicht, oder? Das machen wir eben hier. Das ist ja mega schnell, der Typ. Äh. Hier hängt das Fleisch. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir mal systematisch vor. Gehen wir nämlich jetzt erstmal direkt hier rein. So. Dann haben wir hier nochmal Fleisch. Na, da kommt noch einer. Jetzt rennt der natürlich, glaube ich, gerade an mir vorbei und klaut mir hier mein Fleisch. Feige Mist-Sau. Feige kleine Mist-Sau. Weißt du, ich räume hier wieder den ganzen Weg frei. So, hier haben wir vier Ballen. Oh ja. Jetzt hat er gerade eine ganze Menge absorbiert, ne? Das geht zum Glück auch schnell. Das Fleisch habe ich schon alles und jetzt von denen habe ich auch alles. Nein, einer fehlt noch. Scheiße, hier oben ist noch einer. So, dann habe ich da auch alles und, äh, drei Fleisch, der Staubspeier. Ja, hier hinten ist noch ein Fleisch. Genau, das kann ich noch nehmen. So, schnell hier ran. Jetzt brauche ich noch nochmal etwas Fleisch. Da ist noch Fleisch. Super. Dann haben wir das Fleisch auch. Und, ähm, hier muss noch irgendwo Fleisch sein. Gucken. Irgendwo muss noch ein Fleisch sein. Ein Fleisch, bitte. Ein Fleisch. Ein Bein Fleisch, bitte. Da. Ja, das ging ja recht flott, ne? So kann man jetzt auch nicht meckern. Ähm. Heißt, ich gehe jetzt hier nochmal raus. Das war den Knobelbecher hier gerade nochmal aus dem Weg räumen. Aber das ist ja auch nicht tragisch. Der kann ja eh nichts, der Typ. Uah. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Frähen wir den mal eben ein. Den Olli Popoli. Auwea. Sollen wir das? Du ja wohl nicht ganz sauber tics, mein Freund, wa? Knallwurst. Da haben wir alles, ne? So, dann bin ich jetzt angefangen. Viertel vor so ungefähr, ne? Ja. Dann machen wir es fünf nach neun. Fünf nach neun. Ich muss eben schnell hier hoch gehen. Ah, ja, ja. Jetzt muss ich hier durch die Dicke durch. Kommt ein Vöglein geflogen. So, den geben wir auch noch ab. Und, äh, hier. Ich renne schon dran vorbei. So, ich nehme an, die Ogre waren euch keine zu große Hürde. Hier ein paar Münzen für eure Mühen. Oh ja, die ist schon schön. So, ne? Und jetzt müssen wir Kaleran, der Vernichter und Soldaten des dunklen Schwarms töten. Gehen wir mal direkt hier rum. Der Knall, der Knallbonbon wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ja. Ich reite mal direkt hindurch. In die Mitte. Ich werde mich jetzt nicht groß damit aufhalten. Der Kaleran ist da hinten. Meine Kumpels sind wieder mit dabei, ne? Irgendwie ist mir mein Elementar lieber. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich reite jetzt mal eben schnell hier oben den Körmel rum. Da ist Kaleran. Eben schnell um den Körmel rum. Kommen die mir jetzt hinterher hier? Oder fliegen die wieder weg? Die fliegen wieder weg. Ja. Aber dann mache ich doch mal eben den kleinen Ed hier weg. Genau. Macht mal hier. Macht mal hier was, Jungs. Helft mir mal. Und dann nehmen wir Kaleran, den Vernichter mal ran. Geht das jetzt? Oder was macht der jetzt? Warte mal bitte. Ja. Ja. Ja, das gibt's noch nicht, ne? Hallo? Wieso ist denn der da oben? Hm. 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 Na komm, dann den hier auch noch. Ich glaube, ich muss den da irgendwie erstmal weglocken. Kann das? Hm. Ich glaube, jetzt locke ich den Dicken mal hier hin. Komm mal her. Geht das? Ja. Hm. 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 Scheiße, wie kann ich den denn... Wie kriege ich den denn jetzt dazu? Äh, ich muss mal eben gucken. Äh. Der kommt da nicht runter, ne? Und dahinten ist noch so ein Vernichter, den mache ich nochmal eben. Guck mal, mehr. Hm, gucken, ob ich das schaffe. Also die Jungs haben ja schon den Kleinen da geschafft. Wieso können wir den denn jetzt hier nicht kriegen? Der entkommt die ganze Zeit, das ist doch kacke. Was war das für ein Schrott? Haben die anderen irgendwas geschrieben? Ich werde euch vernichten, ne? Kriegt er auch nicht irgendwie hin, ne? Ist doch doof. Ich glaube, ich gucke mal eben, ob ich die anderen zuerst vernichten muss. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Ich teste das jetzt einfach mal aus. So, und jetzt? Kommst du hierher, oder was? Aha, da ist er. Ja, okay. Wir müssen erst die anderen vernichten. Und dann kommt er runter. Na komm. Shit. Dude. Das ist jetzt kacke. Gehen wir mal eben zurück. Das ist ja nicht so weit. Also mussten auf jeden Fall die anderen vernichten. Und dann ist er von seinem Baum da runtergekommen. Gucken, ob das jetzt gleich klappt. Wenn wir da jetzt nochmal hingehen. Die anderen sind da jetzt bestimmt noch mit dabei. Annehmen. Der hat 19.900 K. Den kriegst du ja nie alleine runter. Okay. Gut, dann warte mal. Dann gehen wir mal eben hier hin. Und holen uns mal eben den Dicken ran. Und 6 den Schutz. Jetzt greif den doch mal an. Ihr Idioten. Das gibt's doch nicht. Wird ich da nie alleine daunen? Ich raff's nicht. Oh, das ist doch zum Kotzen, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso sind die drei denn weg gewesen? Und wieso habe ich die überhaupt mit dabei, wenn die gar nichts tun? So, jetzt machen wir noch einen Versuch. Kappes. So, jetzt kommt man mit hier, Jungs. So, Kalaran der Vernichter annehmen. So, kommt er jetzt hier ran? Sind ja jetzt meine Freunde. Ich hoffe, das gilt jetzt auch gleich für mich. Hält er jetzt auch für mich? Nee, natürlich nicht. Och, Manu. Halt, alle Wikinger. Okay. Ja, muss ich, glaube ich, erstmal die Wikinger hier vorziehen lassen, wa? Oder? Sehe ich das hier? Sehe ich das richtig? Gucken, wann der Dicke kommt. Nein, ich habe ihn noch nicht. Ich stelle mich mal gerade hier wieder an den Rand, um zu warten, bis der Dicke kommt. Ich hoffe, der respawnt recht schnell. Und nicht so arsch langsam. In der Zeit mache ich Dicke mal gerade. Na komm. Und Tschüss. Und Tschüss. Ähm, ja. Wir warten und wir warten. Also, es war jetzt natürlich zweimal Vollfail, so nach dem Motto. Wo sind jetzt meine Wikinger? Da sind sie. Erik, der Wikinger. Und da hinten ist er schon wieder am Kämpfen. Mit wem? Haben sie sie denn auf 50 runter? Kriegen sie den noch hin, oder was? Komm mal. Ich helfe dir. Oder auch nicht. War ja nicht viel. Ja, jetzt sitzt halt nur die Frage, wo respawnt der Typ wieder, ne? Ich hoffe, der respawnt jetzt hier irgendwo, dass ich auch direkt auf den Rand kann. Ich mache mal eben hier die Kleinen noch weg, dass die mich nachher nicht stören. Also, ich glaube, ich glaube, ich muss mal gerade hier pausieren. Ähm, und ich komme dann nachher wieder, wenn dieser Megasturm hier aufhört. Also, äh, ich sag mal einfach, bis gleich, Leute. Es sind jetzt auch 20 Minuten eigentlich wieder voll. Also, bis gleich, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hoffentlich den fetten Drachen hier, den Kalara, angelegt kriegen. Also, bis später. Tschüss.